Eins, zwei, drei, Start. Okay, start. Perfekt. Dann geht's los, Mitch. Was haben wir heute? Den 31.12.2018. Folge? Zwei. Vier. Oh, Five Nights at Friday's. Vier. Ja, das ist super. Vier, vier, vier. Okay. New Game, oder? Willst du auch mal sagen? Nein, mach Continue. Was passiert dann? Dann skipp mir das Intro. Ja, mach Continue, mach New Game. Oh, oh. Das ist Freddy. 34 Spot. Du bist gefährlich. Warum liest du das nicht? Machen. Ich kann nichts machen. Ist das nicht so gut? Ja, ich glaub schon. Nein, nein. Meine Leute. Bevor es ja richtig losgeht, können wir ein bisschen über 2018 reden. Was denn? Oh, meine Freunde. Diese Leute nicht hier. Wir können nicht jedes Jahr die gleichen Blitz machen. Der weint, der ist traurig. Ja, das waren ja die besten Sachen 2018 und die schlechtesten. Ja, da gibt ja vieles Gutes. Was war beste? Weißt du doch. Warum meint er so lang? Das musst du irgendwie jetzt kippen. Guck mal, von oben die guckt die ganze Zeit. Warte, warte, warte. Hörst du das? Hörst du das? Vielleicht ist das ein Bug? Nee. Das ist glaube ich ein Bug. Nee, save nicht. Ja, das ist ein Bug. Scheiße. 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 Hörst du wieder auf. Hörst du wieder auf. Mein Gott, wenigstens läuft's noch. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Warte. 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 Was ist das denn bitte? Warte. Ah. Ah, ich hab's nicht ganz. Ach. Fah. Fr cloudy. Fr cloudy for a word. Ist der vom zweiten oder dritten Teil der Fr cloudy for a word? Den weiß ich doch nicht. Woran geht's denn los? Süß. Kann dein Tastatur nicht leuchten? Eigentlich schon, ja. Warum macht die denn? Naja. Naja, das war's dann für dieses Jahr. Das wird mir echt nicht los. Ja. Ja, wir müssen immer neu starten. Wir machen dann Continuum. Ah, Jumpscares. Lots of Jumpscares. Oh, bitte nicht. Bitte nicht schreit, Leute. Nimm alles. Nieser. Jawoll, mach Continuum. Ich will bestimmt eine Maulikoppen. Night One. Okay. Du weißt ja wie es geht, ne? Nope. Warte ich. Was? Aha, X. Aber ich check jetzt, ich check jetzt, wie das Spiel funktioniert nach 4 Jahren. X, X, X ist unten gefuckt. Ja, ich hab mir die Tests aus dem Weg gemacht. Äh, okay. Hä, warum? F wie Flashlight vielleicht? Warum geht die überhaupt aus, wenn wir uns umdrehen? Ich hab keine Ahnung. Egal, lass erstmal an die Tür gehen. Mach mal zu. Hä, mach mal Licht. Egal, lass spielen wir ohne Licht. Digga, es geht nicht. Das ist verrückt, das Spiel. Komplett. Alter, die Kamera ist auch ziemlich... Was? Ja. Ja, das ist wegen dem Licht immer, weißt du? Da war es nicht so. Oh. Hey, es klappt. Nein. Wenn da das Licht weg ist. Mach mal. Digga, es geht nicht! Warum? Das hier kurz... Ich hab jetzt schon Angst. Da passiert nichts. Aber wir sehen eh nichts, also... Warte. Boah. Da mach ich es halt so. Alter, nee. Das ist tatsächlich besser. Ey, wir könnten das nicht spielen. Ich hör, was ich alles gehört. Ja, wie macht man die Tür zu? Du, du... Wieder nicht so. Nieser, bitte. Sag mir, warum das Spiel verbeugt ist. Guck mal, das ist der Roboter. Das ist der größte Witz ohne Witz. Guck mal, was ich mache. Guck mal, guck mal. Ist das erkannt? Ja, aber die anderen geht es nicht, weil... Oh Gott. Boah. Gott sei Dank. Ja, wir können es mal nicht vergessen, ne? Dann lass kurz neu starten. Nein, lass dich ohne weiter zu spielen. Was? Wir können keine Türen zu machen. Das ist doch irgendwie dumm. Wir können keine Türen zu machen und wir können kein Licht machen. Also bin ich der Einzige, der irgendwas machen kann? Ja, ich schau jetzt zu. So nötig. Fuck, Alter. Ich frag mich, was hier ist. Gar nichts. Gar nichts. Hier? Hm, auch gar nichts. Das ist so ein Müll. Da passiert nichts. Guck mal. Wer ist da? Digga, irgendwann kommen die einfach vor deine Füße und die ganzen Türen offen sind. Ja, aber die sind aber auch sonst einfach vor deine... Hör auf! Die sind auch sonst einfach so vor deiner Füße. Oh mein Gott. Ich kenne das seit vier Jahren und das fickt mich immer noch. Lass einfach jetzt da drauf gucken, wie sowas passiert. Digga, das... passiert eh nichts. Das heißt, wir gewinnen, wenn wir die ganze Zeit nachzugucken. Nee. Sondern? Irgendwann werden wir halt gefickt, glaub ich. Ey, ich bekomm sonst richtige Hados. Weiß ich nicht schon. Boah, Alter, ich versuch mal was. Das geil ist, die letzten paar Jahre waren wir einfach nur scheiße und dumm und haben das Spiel nicht verstanden. Dieses Jahr können wir nicht gewinnen. Das ist unmöglich, wenn wir die Tür nicht zumachen können. Ja, aber... Wie hast du... Wie weißt du... Wo hast du gelernt, wie das Spiel geht? Nee, ich... Ich hab... Ich hab... Diese Hinweise, die am Anfang da stehen. Wir lesen die einfach nicht richtig. Warum? Also erkundgleich, Entschuldigung. Da stehe ich einfach. Guck einfach hinterfrocklich. Wo soll ich? Welche Tür? Links oder rechts? Das ist wirklich ne Frage. Links oder rechts? Hinten. Hinten. Ich hör jemanden. Da ist niemand. Den kannst du eh nicht sehen, selbst wenn er jemand wäre. Aber, ähm... Am Anfang, diese Notifications... Ja. Da steht dann, ähm... Ja, hier... Wenn du so Geräusche hörst, mach die Tür zu. Wenn die Geräusche weg sind, dann... Machst du die wieder auf. Gut, das... Wir hören darauf anscheinend, nicht? No. Lass mal bitte... Wirklich, das ist so frustrierend. Mach du mal. Bisschen. Ich hab keinen Lust mehr mit dem Maus. Lass da nach Fortnite spielen. Okay. Das eine Maus macht der andere und das zu. Ja, ja, ja. Einfach Rank. Was? Oh, Rank, ey. Ja, ja. Wow. Alter, ja, schau mal. Guck mal, gibt's die. Alter, das ist so wild. Ich glaub, das ist dieser Bastard hinter uns. Vielleicht kann der uns doch ficken. Ja, kann auch. Weil der... Hörst du das? Ja, kommt jemand. Links oder rechts? Ist egal. Ich guck mich hin. Guck bitte hin. Ich verschrecke mich hin. Guck bitte hin. Boah. Das ist aber leichter, das Spiel ohne Taschenlampe. Lass einfach hier chillen. Ja, wir sind fast fertig. Bro, da ist jemand. Boah. Ja, ich hör's. Ich guck durch diese Löcher hier zwischen meinen Fingern. Alter, dein Maul. Oh mein Gott. Alter, dein Maul. Wirklich. Spiel aber richtig. Spiel aber richtig. Boah. Boah, das nerven auch. Warte, ich mach ein bisschen Lichtdrückung. Weißt du, was du für mich bist? Boah. Was war dieser Flip? Ah, das flippt. So, da kommt jemand. Ja, jetzt ist 5. Jetzt kann's gut sein. Boah. Hä? Wohle? Boah. 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 Ja, okay. Dann lass uns kurz nen Cut machen und Fortnite spielen. Ne, wir machen, äh, wir spielen jetzt auf Erwaltung. Wie? Was? So, den gibt mir von Club Martin Winter Edition. Nee. Guck mal, jetzt wissen die, die wissen jetzt, dass wir zwischen, äh, Fortn... und, äh, hier Freddy's, und, äh, Fortnite, haben wir diese Scheiße gemacht. Ja, wenn ich's rausschneide? Hm. Ich möchte bitte, gib mir meine Club Martin Winter Edition. Wir werden das leer haben. Ich will das nicht. Du musst übrigens klatschen, damit du weißt, wann du synchronisieren kannst. Das will ich nicht. Dann komm mal rein und dann komm mal rein. Ich mach dich zum Brei. Sehr gut. Klein-klein, rein rein. Ich hab, du hast, bitte gib mir meine Club Martin. Ja, unter dir. Soll ich's dann fuholen? Jetzt darf ich einfach mal, ne? Ich trink wenigstens zwei Schlöcke. Ja, du? Doch. Oder Rakhir. Drei Schlucke davon oder ein Schluck drücken? Ich bin zu schlafen. Das Wegfortnet nicht aufnehmen. Ja doch, jetzt. Gott, ja. Ups. So vorher einfach weg. Echt? Ja. So? Ja. Geht. Guck mal, ist das da? Einfach mit dem Schwert. Weiß ich nicht. Das ist der Pilot. Guck mal, ist das in die Kamera? Das lädt halt echt nicht. Das dauert ewig. Nein, nein, guck mal, das hat diese Mini-Balken. Siehst du das? Kennst du diesen Tanz? Kennst du den? Ich zeig ihn dir gleich. Mein Dad hat jetzt auch Counter-Strike, ne? Echt? Ja. Ich bin installiert. Bei Steam. Bei Steam hat er aber auch richtig Probleme gemacht am Anfang, gell? Wie meinst du das? Ja, Steam wollte erst mal keinen Account machen. Er hat immer gestanden, das geht nicht. Das geht nicht. Bis ich in die 20 Jahren probiert hab, bis es in die 1 ging. Deswegen war es mit dem B-Bucks mit den Tipps. Ja. Ähm, Battle Royale, ne? Guck, Kreativmodus, können wir auch spielen. Scheiße. Hey, guck mal, ich will dieser Eismann sein. Können wir den Skin für das Video kaufen? Ja. Digga, das lädt jetzt noch so 20 Mal. Weißt du, was geht? Songtexte. Bro, es lädt. Skip, 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 skip. Start. Sammeln und scheißen. Danke. Was? Wir können Racket jetzt spielen. Escape. Zurück. Wir haben so einen Battle Pass. Wo ist der? Erwerben. Nein. Achso. Danke, Yasumi? Wie geht das? So Mann. kepada, bei bei. Dass wir auf jeden Fall noch 3 Leute rein Kommen. wel, wieso geht das nicht? Da hab ich keinen Tanzen mehr. Düh. 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 Das ist ohne Ton. Jetzt. Egal, mach Spielwiese. Team auffüllen. Nein, stopp. Oh fein. Achso, wir wollen ja auffüllen. Teams... auffüllen. Hello? Wie macht man mit Voice Chat? Mit V, glaub ich. Das hat er bei Freddy's auch nicht gut gemacht. Hello? 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 Wir müssen schon mit den Leuten reden. Damit es entertaining wird. Wir müssen mit ihnen reden, damit wir eine Chance uns gewinnen. Darum gehts jetzt. Du weißt aber noch, wie man tanzt, oder? Nein! Frag, frag im normalen Chat, wie Voice Chat funktioniert. Gute Idee, gute Idee. Ich kann nur eins... Wie die Daten so funktioniert. Wenn du es nicht mehr weißt. Ich weiß es selbst nicht. Direkt von Drucker-CD. Ein Abonnent bekommt die. Ja, der Erste, der kommentiert, dass er es haben will. Außer du, außer du. Kann ich bitte ne... Ah warte, du hast dir gesagt, ich kann meine nehmen. Ja, aber ich hab's nicht so gemeint. Was? Ich hab' du erst mal. Seitdem ich hier wieder mit dir getrunken. Nein, das ist Alkohol. Lass mich. Oh! Wie mach' ich Chat, wie mach' ich Chat? Chat dich! Mit, mit, äh... Weiß' ich hier? Ah, oh, ich hab's. Hallo, Leute! Wo wir droppen? Oh mein Gott! Ja, das ist halt crazy hier. Da oben oben, Lazy Links. Lazy Links. Lazy Links, ja, ich ping das. Äh, wir jumpen dann raus. Ah, okay. Guys, go Lazy Links, right? Jetzt, jetzt, jetzt! Ja, ja. Du musst, du musst steuern, I don't know. Hier ist Lazy Links, ne? Ja. Ja, bei einem blauen. Why... Why don't talk? Mach' mal nochmal nochmal Voice Chat. Mach 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 nochmal Lila. Da hinten wo's Lila's. Ja, ich versuch's. Ja, right? Mach nochmal nochmal Voice. Halt nochmal Voice Chat. Guys, guys, ähm. We need to win. Someone answer please. Please, communicate. Digga, du hast die Grafix runtergeschraubt, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht, da runter gehst du raus. Talk to me, man. We are a team. I want to win this game. Das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Ja, ja, ja. Scheiße, wir müssen da rein, wir müssen da rein. Alter, es legt! Boah, fuck, Alter. Nimm, nimm, nimm. Nimm, bis wir willkommen. Warte, lass es trinken, lass es trinken. Ich bin so am Arsch. Oh nein, hast du gehört? Du, 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 das ist an dem Arsch. Ja, warte, gehst du. Mach auf. Das ist nichts drin. Oh, ne, guck mal! Gib mir die Gun? Oh nein, ich muss da jetzt aimen und so. Scheiße. Nur der Gegner siehst, sagt, ne? Komm, komm, wir ran... Oh. No, Bro, you're dead, man. Sorry, man. Das war eine Totenball. Da, da, da. Warte. Reload! Oh mein Gott, ich teke... Kann man rennen? Kann man rennen? Ja, natürlich mit dem Schiff. Ich hab ihn noch mal! Oh mein Gott! Alter, der ist zu low! Renn da hin, renn da einfach hin! Wir haben genug Leben! Noch! Die Acker! Wo ist er? Yes! Kill den, kill den! Was ein Low! Oh mein Gott! Geil! Was ist das? Ich hab das Spiel noch nie gespielt! Warte, warte! Die blaue, die blaue! Was ist das? Soll ich draufschießen? Ey, das ist ein Gegner! Das ist ein Gegner! Ey, lass das, lass das! Reload, reload! Gehört zu dem, was ist das für ein Kreis? Ah, wir sind von da geflogen! Warte, warte, guck mal! Nein, wir sind aus der Zone gerade! Wir sind gerade aus der Zone! Wir sind gerade aus der Zone! Oh mein Gott! Ich weiß es nicht! Aber wir sollten in die Zone! Wir sollten irgendwo hier was suchen, glaube ich! Ist das ein Gegner? Das ist ein Gegner, glaube ich! Wo? Ah ne, doch nicht! Oh mein Gott! Da hat das abgeschützt Flugzeug! Er hätte einfach einen Kill gewonnen, what the fuck! Ich weiß auch nicht, wie das geklappt hat! Das ist kurz warm! Warte, flieg mal! Achso, es gibt einen Was! Nein! 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 Wie geil! Krass, ne? Die landen! So lande und lande! Nein! Lass weiter fliegen! Lass weiter fliegen! Lass irgendwo hinfliegende Leute erschießen! Die schießen uns vorher! Die können uns nicht erschießen in dem Flugzeug! Das ist ein teammate! Lass zu dem fliegen! Nein! Die haben noch super viel Spreutucht Park! Hä, kontrolliere ich das oder du? Oder wir beide? Weiß ich nicht! Ich glaub wir beide! Lass mal zu dem fliegen jetzt! Lass mal zu dem fliegen jetzt! Ja! Das ist so ein Ring zum durchfliegen! Fliegel, ich fliegel, ich fliegel! Nein, nein! Du willst nur das schießen! Alter, unsere Mates haben auch mal eine Flugzeug! Was ist ein dummes Spiel! Springen wir einfach so raus! Springen wir einfach so raus! So ein Looping! Oh! Was? Fliegen wir an diese Bäume! Guck mal hier landen wir! Schieß mal! Krass, ne? Never! Lass mal unsere Mates verschießen! Wir sind wieder aus der Zone! Guck mal, guck mal! Wo bist ihr weg? Wir holen ihn ab! Wir holen ihn ab! Oh, der ist einer oben! Der ist einer oben! Der ist einer oben! Wo? Das ist schwer, ich hab einen gesehen gehabt! Wir müssen hier wieder in die Zone, Armin! Haben wir Munition? Machen wir Boost! Leertestes Boost, Armin! Drück auf Leertestes durchlechst du! Drück auf Leertestes durchlechst du! Drück auf Leertestes durchlechst du! Wir müssen suchen, wo im Gegner sind! Dann können wir die erschießen! Das ist so schwierig! Ich kann ja noch nicht mal aimen! Du aimst, ne? Das ist die des Bevollsten! Warum sehen wir keinen? Was sind das? Sind das ganze Schüssel oder was? Das bin ich! Ja, ich seh... Oh, ein Football-Feld! Von dem Köln-Spiel noch, ne? Guck mal, ich seh hier immer so... Guck, siehst du? Oh! Oh, ich schuss, schussortig so! Hä, was meinst du denn? Ach, das sind so irgendwie so... ...ein Sterne oder so! Na klar! Er schieß sie, warte! Ich glaub, wir können sein Flugzeug vielleicht damage'n! Haha! Alter, das ist ein Rippen-Mode! Woah, was? Warte, warte, warte! Nein, nein, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner, das ist ein Gegner! Ich? Ja, du musst aimen, du musst aimen! Ich kann nicht aimen! Ich kann das nicht! Raus, raus, raus! Guck mal, wie viel Leben die verloren haben! Wir müssen hier raus! Wir müssen hier raus! Boah! Fliegt da durch, fliegt da durch! Fliegt, wir müssen da raus, wir müssen da raus! Das können wir nicht! Wir haben gar keine Kontrolle! Wir haben keine Munition mehr! Ich kann nicht mehr schießen! Warte! Äh... Armee, der sch... Scheiße! Nein! Ich dachte, wir können doch überfahren! Der ist einfach auf was gesprungen! Der ist schon krankes Spiel geworden! Ja! Das ist scheiße, aber die Comunität... Wir haben diesen einzigen mit einem Kill und die Comunität noch gar nicht! WTF? Der ist hier voll abgeschnitzt! Oh, der fliegt einfach weiter! Günstlich! Das ist draußen, oder? Ja! Wie warst du das jetzt mit dem Let's Play für dieses Jahr? Oder? Leider mit Fortnite, Leute, tut uns leid! Äh, Freddy Yen leider nicht! Ähm... Und dann wollen wir noch irgendwas sagen, abschließende Worte für 2000... ...18... Dreieinhalb Stunden, das ist 2019! Kannst jetzt mit deinem zugefühligen Ich reden! Sag irgendwas! Eine Sache wenigstens, bitte! Nein! Leute, war ein schönes Jahr, ich weiß! Ciao! Bis nächstes Jahr! Beim Let's Play, schwerestens!